Applaus Sir, was die wenigsten vielleicht wissen, ihre Karriere begann als Opernsänger. Und dann später, das war auch der Programm von Pauli, ich habe Sie mitten singen sehen und hören gerade. Wir sind alles geläufig, das kennen Sie alles. Ja, in wie vielen Filmen haben Sie mitten, die da kursiert eine Zahl, die möchte man kaum glauben. Man sagt mir, dass ich habe zwischen 250 und vielleicht 300. Vielleicht, das war mein Bruder, mein alter Bruder. Wir haben ein kleines Vorgespräch und haben gesagt, ich spreche ganz schlecht Deutsch. Danke, sehr geehrte.